In diesem Video zeige ich euch, wie ihr Funktionen aufrufen könnt und wie ihr dadurch Eingabefenster erstellt. Öffnet wieder die Konsole und nun tippt ein, alert, klammer auf, runde Klammer auf, Anführungszeichen, das heißt jetzt kommt ein String und jetzt gebt einfach euren Namen ein, ich schreibe hier mal Olli, ein weiteres Anführungszeichen zum Schluss und noch eine runde Klammer, eine schließende runde Klammer diesmal, ein Semikolon und dann drückt ihr Enter. Und dann müsste jetzt bei euch so ein Fenster aufgetaucht sein, in dem euer Name drinsteht. Vielleicht steht bei euch nicht JavaScript Warnmeldung, sondern sowas wie die Seite auf css3.mr5.de oder youtube.com meldet, Doppelpunkt, aber wichtig ist, was da drunter steht, denn das ist das, was ihr zwischen den runden Klammern eingegeben habt. Und dadurch habt ihr jetzt euer erstes Dialogfenster erstellt, in dem ihr eine Funktion aufgerufen habt. Um eine Funktion aufzurufen, müsst ihr den Funktionsnamen schreiben und dann eine runde Klammer auf und eine runde Klammer zu. Und dann natürlich, wie nach jeder anderen Anweisung auch, ein Semikolon, das hatte ich euch ja im letzten Video bereits vorgestellt. Wichtig, um eine Funktion wirklich auszuführen, sind die runden Klammern. In den Klammern können je nach Funktion beliebig viele Parameter stehen. Das sind die Argumente, die Arguments der Funktion. Es gibt viele verschiedene Funktionen, die ihr bereits zur Verfügung habt in eurem Browser. Und die alert-Funktion haben wir eben benutzt. Und da seht ihr auch, da ist der Name der Funktion alert, dann kommt eine runde Klammer auf, dann ein Parameter, in meinem Fall war das Olli als String mein Name, dann die runde Klammer zu und dann ein Semikolon. Als nächstes möchte ich die prompt-Funktion nutzen. Dazu gehen wir in die Konsole und schreiben prompt, der Name der Funktion, dann die runde Klammer auf und dann schreibe ich wie heißt du? Fragezeichen, alles in Anführungszeichen, weil es ein String ist. Die runde Klammer zu, Semikolon und Enter. Und es kommt ein Dialogfeld. Nochmal, hier steht JavaScript, aber bei euch kann das durchaus was anderes sein, dass da was anderes steht. Wichtig ist, da drunter steht wie heißt du, also das was wir eingegeben haben und da drunter ist eine Eingabezeile. Und da gebe ich nun Olli ein und klicke auf OK und jetzt ist das Dialogfeld verschwunden und in der Konsole steht unter dem Prompt meine Eingabe, nämlich in dem Fall Olli. Und das ist der sogenannte Rückgabewert der Funktion. Eine Funktion kann nämlich auch einen Wert zurückgeben. Wenn wir hier diesen Rückgabewert haben von der Prompt-Funktion, dann steht der nun in der Konsole. Das bringt uns nicht wirklich viel, denn wir können damit ja nicht arbeiten, wir können die Konsole nicht auslesen. Wir brauchen also einen Weg, um diesen Rückgabewert wirklich aufzunehmen und um mit dem zu arbeiten. Wenn ihr das letzte Video gesehen habt, dann könntet ihr das jetzt schon wissen, ansonsten denkt noch mal drüber nach, probiert Dinge aus, seht euch das letzte Video noch mal an, wenn ihr das nicht gesehen habt und im nächsten Video zeige ich euch, wie ihr die Eingabe verarbeiten könnt und solche Ausgaben hinbekommt. Hi Olli, dein Name ist drei Buchstaben lang und der erste Buchstabe ist ein O. Da gucken wir also wirklich uns die Eingabe an und analysieren quasi den String, der da zurückkommt. Klickt hier in die Mitte in das große Feld, um zu sehen, wie das funktioniert, um euch das nächste Video anzugucken. Oder falls ihr dieses Video hier in einer Playlist seht, zum Beispiel bei CSS3HTML5.de, bleibt einfach dran.